so ein herzliches willkommen zu dem vorletzten cup erstrunden match in der powermetze vereinigung sage ich mal naja gibt es ja powermetze league one league two und das ist eben der powermetze cup ja wo die schemburg rovers als drittligist zum favorisierten wer sie müssen die erstes match haben sie könnten es schaffen dass was bis jetzt nur eine mannschaft geschafft hat und zwar ein drittligateam dass die in der zweite runde aufstellen oder ist es nicht sogar achtel finale schon aber es ist falsch es ist schon ein drittligateam oben das zweite drittligateam ist es dann tschuldigung tschuldigung mein fehler vielleicht habe ich es unverständlich ausgedrückt kann auch sein oh mein gott oh mein gott da haut sie aus den schlapfen da legst du ihn nieder da legst du ihn nieder aber der ist jetzt voll nicht weiter gesprintet irgendwie gott sei dank johannowitsch aufgeruht wederrechten hat es voll auf die pfeifen was denn nein ich wollte die rote karte auswechseln auswechseln nicht mehr was warum nicht ja es war ein schöner pass ja war sehr schön herausgespielt lindl abgefälscht den habe ich schon dringend gesehen ehrlich gesagt da war nicht wartet vorbei mein erstes freistoß dort war das glaube ich gewesen haben wir in der liege schon eins nein ich glaube nicht hast du nicht schon eins geschossen haben wir schon eins geschossen glaube ich nicht also wenn dann wenn dann du oh dann habe ich auch schon dringend gesehen ja wie hat sie ja dann sehr starkes test auftreten gehabt ja aufgrund dessen wollte sollte gleich ein spieler transferiert werden ja da hat man den preis aber dann zu hoch angesetzt oh schön ja also ja also von der elspunkt ins gesicht ist nicht ganz fair das muss ja eh gewöhnt sein alter irische härte ja 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 finn aber auch die shamburg wo was war nicht so schlecht in ihrem test match ich glaube so schlecht wirklich schlecht war keine mannschaft eigentlich bestimmt ja ja absicht oh leider ein bisschen weiter ein strafraum hätte es nur sein können ja wo soll das absicht gewesen sein wo das war aber eh knapp zu zentral oh gott sei dank für dich na gott sei dank für dich na wieso ja für dich gott sei dank na gott sei dank für dich ha 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 Scheiße. Oh. Last sich Zeit. Oh, Brian. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh oder oder haben wir nicht rechnen jetzt war das glück oh mein gott der hat sich verfahren der karl aber nicht weiter aber ich glaube so haben wir mal da will ich durch mit dem sich kolkieren darf ja Boah, safe aussteigen lassen. Ja, komm, Rietzmeier. Ja, und die Chance zu Angst, danke, danke, sterbt mein Selbstvertrauen. Aber warum hab ich Schuss gehabt, da Rietzi? So ein Bauer. Boah. Oh ja, echt mal. Ja, scheinbar war es ein bisschen überfordert da vorne. Ja, aber ein Tor ist nicht viel. Du kannst das nicht, du kannst das nicht. Ich mach's aber trotzdem. Wenn du links spielen kannst, kannst du rechts auch spielen, Wappel oder? Wenn einer vom rechten Mittelfeld ins rechte, in die rechte Verteidigung zurückgehen kann, kannst du auch rechts spielen statt links. So. So. Ja. Oder? Ja. Ja. Oder? Mach's nicht. Ja. Nein! Na, das war zu viel wieder, glaube ich. Nein, nicht zu viel, aber dass der genau zentral aufs Tor kommt, mit dem habe ich nicht gerechnet. Dass da genau einer gestanden ist. Mit dem bin ich hingelaufen, aber dass sich der dann genau dorthin bewegt, der Ball hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, du passt nicht mehr, du schießt direkt. Und dann habe ich gedacht, dann ist der Winkler natürlich noch enger, wenn ein Spieler im Tor steht. Und mit dem Pass habe ich gedacht, okay, das war es. Ins Eck und zack, weg, ausgestiegen der Spieler. Ja, komm. Ja, Schätzrichter muss ich schon sehr beruhigen. Oder gibt es da was? Komm zu, hör auf den Süßen. Wäre der, wegen dem Gummirener geht er wieder. Bin gekommen, um zu gehen. Na gut, machen wir einen Wechsel und einen zweiten Wechsel gleich einmal. Und dann sind die Wechsel schon um. Ja, wer zieht auf jeden Fall am Tor dran? Sindl. Jetzt hat er es. Ja, das ist dein erster Mal, es ist gut. Okay. Entschuldigung. Oh, dass ich mal ein Freistoß durchschieße, Alter. Du tust so, als hättest du keine Freistoß schießen kannst. Na, ich kann sie nicht. Ich kann sie nicht gut. Okay, ich brauche dann fünf Minuten Pause. Also, du hast in der Champions League, glaube ich, 20 Freistoßtore geschossen, oder so. Nein, echt? Ja, sicher. Ja, wie lange haben wir dir gespielt? Ja, wir haben ja lange gespielt. Ja, drei, vier Bewerbe. Aber hast du trotzdem auch. Oh. Ich tue mir immer schwer mit Freistoßtore. Ja, ich auch. Jedoch, glaube ich. Nicht so einfach. Bei dir ist das immer, ich denke mal, du bist der Uhr pro Freistoßschießen. Aber ich habe auch noch, ich glaube, ich habe noch keines getroffen. Ich glaube nicht, dass ich direkt ans, indirekt vielleicht, ja, aber direkt nicht. Oh mein Gott, das war ein herrlicher Pass. Ganz wichtig. Ja, ich glaube, der Player, der ist nicht so der Gold-Gator, sondern eher der Vorleger auch. Ups. Danke. Und der Rizzi taugt mir auch sehr, muss ich sagen. Rizzi und Lindl. Ah. Ganze BRC-Mannschaft ist geil. So wie sie jetzt sind. Ich muss sagen. Absatz. Oh, das ist aber abseits, oder? Also wirklich nicht abseits. Oh ja, denke ich mir. Oh mein Gott. Oh. Vom Absteiger zum Geliebten. Vom Hass. Die Mannschaft wäre fast vorm Aus gewesen. Wenn du dich erinnerst. Vom Aus? Du wolltest unbedingt, dass sie in der zweiten Liga starten. Nein, die bohr eigentlich, die können gar nicht in der zweiten Liga gehen. Oh mein Gott. Traumtore, Alter. Traumtore. Erinnere dich, die hätten wir fast getauscht. Ich weiß. Weißt du, was so sussig ist? Jetzt ist die hat Mira ganz unten. Stimmt. Und das ist lustig. Nein, nein, eigentlich nicht. Aber ich brauch was zum Lachen. Nein. Soll ihr vergrannt sein. Sie spielen es gut. Ist ja nicht so, dass... Oder er hat seine Leistung bestätigt. Ritzmeier. Ja, und ich glaube, das war es aber jetzt in Kritik. Da war der Deckel jetzt oben. Schon beim 2-0 und in verschlossen haben sie ihn dann richtig. So, und nochmal Ravett. Oh. Das gibt sich, du Trottel. Und das war jetzt abseits, du Trottel, oder? Nein. Nein, kann kein Abseits gewesen sein. Ich dachte, dass der im Abseits steht, Alter. Jetzt ist der Deckel drauf. Ich dachte, dass der im Abseits steht, weil eigentlich hat er ihm das Tor weggenommen. Der wäre so auch reingegangen. Wer hat denn da geschossen eigentlich? Player. Nein, ich meine... Warte mal. Boah, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht. Müsst man bei den Assists schauen. Ich glaube, keine Brauzen mehr. Bis zu nimmt man den Kuhi. So kannst du ihn nicht mehr werfen. Nein, der Kuhi war nicht schuld. Das war der Spieler, der ihm reingelaufen ist, um ihn anfangen lassen. Wo sieht man das immer bei Bewertung? Lindl. Der Lindl war das. Na, warte mal. Na, das waren Tore. Bei Bewertung, ja. Ah, jetzt habe ich... Ich habe jetzt schon weiter gedrückt. Na, gar keiner. Man sieht es nicht. Keiner Sistofür bekommt. Wahrscheinlich, weil das eher ein Schuss war auch. Ja. Aber, wir können ja nachschauen eigentlich. Eigentlich schon, ja. Ich finde, es würde auch etwas, als Sie zählen eigentlich. Weil... Ja. Weil da drin ist, hätte ich einen... Da hat er mich aufgeritzt. Sag ich ja. Da hat er einen Maier aufgeritzt. Na, aber sie haben es verdient. Sie spielen da sehr stark. Das war vielleicht jetzt auch zu viel. Eins zu viel, aber sicher. Bitte? Eins zu viel für mich. Aber warte, was ist es da? Na, das waren mehr zu viel. Bei solchen Situationen bin ich mir nicht sicher, soll ich schießen oder nicht? Ich habe mich immer gedacht, der läuft schön mit. Boah. Heute war es kein Fall. Ja. Und das gibt er. Das ist... Das ist so typisch. Das hier ist ein Witz. Wirklich. Ein richtiger Witz ist der. Scheiß am Tag. Das war, glaube ich, noch außerhalb, oder? Nein, das war drin. Ganz klar drin. Haberer. Du schießt. Egal, ob du schießen kannst oder nicht. Du schießt. Rittmeier. Sogar Kapitän habe ich gar nicht gewusst. Ja, Doppelpack. 6-0. Unglaublich. Ich habe aber wo war es vorgeführt. Ich glaube, das ist eines meiner höchsten Ergebnisse gegen dich. Über das habe ich keine Statistik. Aber es ist der höchste Sieg bis jetzt in dieser Metze-Power-Vereinigung und im Cup. Wow. Und, haben sie schon genug? Oh. Oh. Komm, gib mir diese Möglichkeit. Gib mir diese Möglichkeit noch, Schiri. Gib mir sie noch. Gib sie mir. Er gönnt mir gar nichts. Er gönnt mir gar nichts. Er gönnt mir einfach gar nichts. Aber ich war jetzt so überrascht, dass der Nutzen noch reinkommen ist da. Passt. Na gut. Was? Ach so, ich denke ich mal. Ja. Man kann nicht mehr sagen, er hat es verdient. Rittmeier feiert natürlich jetzt mit seinen Leuten. Wir sind uns gefreut. Wir sind uns gefreut. Wir freuen uns natürlich jetzt auch mehr auf das erste Auftreten in der Liga. Weil diese zwei Spiele zeigen eindeutig, dass sie oben mitspielen können, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen haben sie da gespielt im Testspiel. Hartberg. Hartberg. Ich glaube, richtungsweise wird es sein, so rapid Sturm Graz. Ja, stimmt. Ich glaube, Sturm Graz war nur ein Ausrutscher. Das war, glaube ich, nur ein Ausrutscher im Krab. Und in der Liga? Haben sie da nicht gewonnen? Nein. Nein, ja, Dieter fang an sich. Da war ich sehr überrascht über das. Nein, ich nicht. Aber du hast den ersten auch gut geschossen. Ja, das ist dann wieder so eine Serie, da geht nichts. Jetzt kommt auch welche Spieler, weil man einen Spieler falsch verschließen kann. Ich habe von Haus aus, die werden die Attribute dafür hat. Da musst du nicht mehr schon rein platzieren, sage ich mal. Siehst du, schon wird meine Leistung wieder runtergemacht. Lindley ist aber zum Beispiel so ein Spieler gewesen. Was siehst du, du hast den ersten Fall schon gut platziert gehabt. Pech, Mauer. Und zweiter auch. Siehst du, da hast du es gesehen. Er hat ihn eindeutig gestoßen. Jetzt haben wir nicht geschaut, wie er das war. Aber war das dann Nutz vielleicht? Weiß ich nicht. Wobei, zu viel war das eigentlich nicht, weil der war ja, frei, muss ich sagen. Ja, schon frei, aber wenn er in der Verteidiger dazwischen abfängt. Ja. Oder nur mit der Ferse berührt, weißt du, dass er nach hinten springt. Gibt es ja alles. Weil so war das Spielstück schön, war frei. Gut überlegt. Ja, Freistoß, Freistoß. Einfach war auch sehr schön platziert. Gibt es nichts. Na, meine Damen und Herren. Dann sehen wir uns eigentlich wieder im letzten Cup-Spiel. Bis dann, haut rein. Ciao. Bis dann, ciao, baba. Bis dann, ciao. 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 Vielen Dank.